Servus und Grüße zur Wochenwettershow vom 24. Februar bis zum 2. März für Kitzbühel. Nach dem schier endlosen Traumwinterwetter der vergangenen Zeit mit viel Schnee und Sonne erwartet uns nun immer mal wieder Neuschnee. Dazwischen scheint die Sonne und damit setzt sich das perfekte Wintersportwetter bei uns in Kitzbühel fort. Und wenn mal die Sonne herauskommt, dann spüren wir auch eines, ihre Kraft an Wärme und Licht. Und wir blicken zurück auf die Livecam, Hahnenkamm und sehen blauen Himmel, eine super Fernsicht und Schnee. Was will man mehr? Und jetzt gibt es Neuschnee dazu. In der Nacht von Montag auf Dienstag setzt Schneefall ein, der am Dienstag längere Zeit anhält. Und vorübergehend ist der Schnee ein bisschen pappig, gerade in Kitzbühel bei Temperaturen von bis zu 2 Grad. Am Spätnachmittag wird der Schnee auch unten dann wieder pulvrig werden. Auch am Mittwoch gibt es noch einige Schneefälle, die am Donnerstag nachlassen. Es ist eher so ein bisschen Puder, was noch dazu kommt. Am Freitag geht sich vorübergehend die Sonne heraus. Es wirkt leicht föhnig vor der nächsten Front und wird milder. Am 28. Februar findet das Streif Vertical Up. Eine legendäre Skiabfahrt steht Kopfstadt. Streif Vertical Up, die Schlacht am Hahnenkamm heißt das Ereignis. Hier gilt aus dem Mythos Streif von unten nach oben zu bezwingen. Der Wettkampf jährt sich jetzt am 28. Februar zum fünften Mal. Und seit 1892 steht die legendäre Gammstadt für einzigartige Skitradition. Die Athleten müssen bei Flutlicht die legendäre Hahnenkamm-Rennstrecke mit einem Höhenunterschied von 860 Metern und einer Streckenlänge von genau 3.312 Metern bergauf überwinden. Der Antrieb erfolgt aus eigener Kraft. Die Materialwahl ist frei, Regeln gibt es keine und der Wettbewerb ist eine unberechenbare Herausforderung. Hier entscheidet eine Kombination aus Ausdauer, Technik und Material über den Sieg. Und das Material, das von oben kommt am Samstag, ist frischer Schnee. Da zieht eine Front durch mit zum Teil kräftigen Schneefällen, die am Nachmittag nachlassen. Von Sonntag an wird es dann freundlicher und mit einer eher südwestlichen Strömung vorübergehend milder und leicht föhnig. Auch auf den Bergen wird es mild mit einer sensationellen Fernsicht. Aber da die Luft sehr trocken ist, wird es dem Schnee nicht so an den Kragen gehen, außer südseitig. Und schaut man mal ein bisschen weiter, dann kommt noch mal Neuschnee und dann wieder Sonnenschein. Und übrigens, mit dem Samstag endet dann der meteorologische Winter bei uns und am Sonntag startet der meteorologische Frühling. Der Traumwinter 2014-15 in Kitzbühel. Er macht aber weiter. Lassen Sie es sich gut gehen bei uns und genießen Sie Schnee und Sonne. und, zum Beispiel